herzlich willkommen zu meinem kleinen abonnenten special ja mittlerweile haben sich 600 von euch auf meinem kanal hier verirrt und abonniert das ist das wichtigste und deshalb habe ich mir gedacht ich mache ein kleines abo special das special besteht aus drei knappen teilen wahrscheinlich eher zwei knappen teilen und ein etwas längeren im ersten teil werde ich ein bisschen darum erzählen warum ich in letzter zeit zu wenig content mache der zweite teil ist dann das frage ich bin ein bisschen nervös 600 leute ist ein bisschen viel im zweiten teil geht es darum den traditionellen teil eines abonnenten specials bei mir zu machen also ihr dürft über eines der nächsten let's plays die ich spielen werde abstimmen und dann im letzten werde ich euch ein bisschen hier in archage rund führen und ein bisschen zeigen was ich seit ich das letzte mal ja aufgenommen habe so erreicht habe okay fangen wir erstmal an warum ich in letzter zeit so wenig content bringt nun ihr wisst ja vielleicht ich bin dualer student das heißt ich arbeite und studiere gleichzeitig und momentan bin ich wieder in der studienphase und die ist diesmal richtig heftig das heißt ich habe sehr viel zu tun sehr wenig zeit deshalb kommen auch momentan die ja mal jetzt place ein bisschen kurz daneben her spiele ich momentan ausschließlich eigentlich noch archage die stream ist ein bisschen das heißt man kriegt trotzdem noch ein bisschen was vor mir mit allerdings ja für youtube produziere ich momentan weniger das wird sich allerdings dann ab juni wieder ändern wenn ich wieder ein bisschen mehr zeit habe sprich wenn ich wieder ja zum arbeiten gehe ist so paradox das klingt während ich arbeite habe ich mehr zeit für solche sachen weil man hat halt abends feierabend wenn man nach hause kommt ist die arbeit vorbei und das war's dann hat man den rest abends frei so allerdings wer trotzdem nicht genug von mir bekommen kann der kann immer mal wieder auf twitch vorbeigucken das tue mich dann immer mal ein bisschen wenn ich ja art es spiele und da produziere ich dann auch momentan ein paar tutorials sich dann auch hier immer mal wieder auf youtube bringen werde das erste tutorial oder guide wie man es auch immer nennen mag ist schon unterwegs hat nur momentan ein bisschen probleme da ich im hintergrund immer wieder ein bisschen musik streame deshalb gab es da einen content treffer der ist nicht erlaubt hat in deutschland abzuspielen das heißt momentan bin ich gerade dabei da ein bisschen mit der musik zu machen ich hoffe dass mit dem audio klappt so einigermaßen ich bin noch nicht hundertprozentig sicher ob alles so klappt wie ich mir gehofft habe aber wir sehen wenn das rauskommt deshalb hier erst mal kein hinterkunden tun so jetzt kommen aber zu dem was wir abstimmen nun 2015 ist für mich das comic ja mal wieder zumindest wenn es ums kino geht wir haben dieses jahr endmann kommt dann ist diese woche avengers 2 angelaufen viele kino trailer kamen jetzt gerade verstärkt raus batman vs superman und so weiter und da habe ich mir gedacht mein nächstes let's play wird im bereich superhelden spielen und ich habe ja schon gesagt batman vs superman kam gerade also was trifft sich da nicht besser als den dunklen ritter selbst zu spielen und deshalb habe ich mir gedacht als titel 1 steht zur auswahl mein lieblings batman titel batman akim asylum ja ein wunderbares action spiel von der akim serie gefällt mir akim ist immer noch am besten weil es einfach dieses diese enge von akim asylum so gut rüber spart akim city und so weiter ist zwar auch nicht schlecht aber wie gesagt akim salom ist immer noch für mich der beste titel der serie aber ich weiß es gibt leute die mit die sie nicht so viel anfangen können die sind dann lieber beim marvel unterwegs deshalb wäre titel 2 der zur auswahl steht lego marvel superheroes wo man nicht nur die avengers sondern alle oder fast alle helden des marvel universums spielen kann halt in klein und putzig aber diese kleinen putzigen teile haben es trotzdem faust der kinder den ohren das heißt für die leute die lieber auf die marvel helden oder lego spiele stehen die können jetzt hier später für lego marvel super heroes abstimmen wer weder einen besonderen comic franchise bevorzugt also ein verlag oder vielleicht sagt ich will mal was ausgefallenes haben was platinum mäßiges für den wäre der dritte titel und der letzte zur auswahl nämlich der wonderful 101 für jeden der der nicht mit einem helden auskommt oder zwei sondern lieber gleich 100 helden auf einmal spielen kann ist dieser titel das ideale man spielt 100 unterschiedliche hellen wie zum beispiel club man oder blue oder red oder eine kettenschwingende berserkerin oder ein hammer schwingenden russischen kommunisten für den wäre der wonderful 101 was ist ein video exklusiver titel so das wären die drei titel die zur auswahl stehen abstimmen könnt ihr entweder hier unten in den kommentaren oder auf meiner facebook seite da wird es auch ein ausschnitt geben zu der wonder nicht der wonderful 101 sondern zu diesem abonnenten special und da einfach dann drunter auch in die kommentare reinschreiben beides wird gezählt also sobald ihr hier und im anderen beide stimmen werden gezählt und unter allen stimmen verlose ich den ein oder anderen code den ich noch bei mir rumliegen habe wahrscheinlich das team origins und was sonst ich noch so habe so das wäre auf alle fälle mal diese organisatorischen sachen und ich habe ja gesagt in letzter zeit spiele ich sehr viel arch ich habe ja mein angespielt gemacht auf dem server ihr mittlerweile bin ich nicht mehr auf ihr sondern auf der hooter ich schreibe das denn hier auf dem in den kommentar ja in die beschreibungsbox rein ich gehe ganz kurz wieder ins menü da kann ich mich besser gucken aber ich habe hier mittlerweile auch schon meine eigene kleine gilde gegründet nämlich welche taste war das das war der mutter ist halt kanada von uns aber wir sind die jetzt habe ich natürlich wie schalte jetzt das bild an ganz kurz option namensinfo mein namen anzeigen anwenden so ich bin scharfe richter richtigen eisen seelchen von der imperial trading company also wenn da draußen jemand ist der auch gerne teil der imperial trading company ist und ausprobieren möchte arch ist grundsätzlich kostenlos der kann ja mal auf den server der hut da vorbeigucken und mich mal anschreiben ja ich freue mich immer aber jetzt wollen wir euch erst mal zeigen was wir haben hier ist mein erstes haus ich habe man hat ja komplettes housing also freie housing man kann freie häuser bauen und so weiter und das ist mein kleines haus ist jetzt noch nicht so großartig ausgestattet aber ich habe ein bett mit ein paar kuscheltieren drin und eine feuerstelle und ein kam ja eine truhe mehr braucht man unter nicht ich habe ein paar gärten wo momentan eigentlich nicht so viel los ist also dass da ist noch mal mein garten hier man sieht daran dass da imperial trading company dran steht und ich meine kiefern sind fertig okay kann ich später ernten ansonsten die garten ja ihr müsst euch so vorstellen das housing und so weiter und gartenarbeit ist es so fahren will den schöner grafik aber es gibt natürlich noch mehr neben sachen wie questen und wie alle ww kann man nämlich legt das sehr viel wert auf berufssysteme und ich habe zum beispiel ein ackerwagen mit dem ich trading pakete hin und her fahren kann was das genau ist werde ich mal in einem irgendwann ein guide video zeigen aber einfach nur ich will euch jetzt noch ein bisschen zeigen was man machen kann also wie ich habe hier einen kleinen traktor mit dem ich pakete rumfahren kann oder ich habe einen esel mit dem ich wenn ich mal absteigen kann so auto wieder verpacken ich habe ein esel da esel mit dem ich reiten kann das coole ist wenn nicht das ist so ein esel wie ihn damals sancho pancho hatte das heißt wenn ich da drauf drücke hole ich meine lanze raus und stürme an da okay jetzt würde ich kann da nicht lenken egal aber ich habe natürlich auch meinen kuschel buschel hier kuschel buschel komm raus kuschel buschel da kuschel buschel mein kuschel buschel und mit kuschel buschel werde ich jetzt mal zum meer reiten denn es gibt neben housing kann jeder spieler dass sie seine eigenen schiffe bauen wo ich gerade darauf hin spare ist ja mein große gallione die dann von mehreren leuten gleichzeitig gesteuert wird da ist noch ein klein bisschen weg hin allerdings habe ich schon meinen kleinen harpoon klipper und mit dem kann man viel schönen umfug bauen und den will ich mit das will ich jetzt ein bisschen mit euch machen nämlich man kann mit dem hochsprung machen das ist richtig witzig so ich muss erst mal absteigen also das hier ist heute sozusagen eher das spaßvideo wer ernsthafte videos haben will wie gesagt ich werde dazu ein bisschen geiz machen aber heute einfach mal was für umfug das geht übrigens dass ich euch hier heute zeige das wird wahrscheinlich ab nächster woche nicht mehr so einfach gehen weil jetzt habe ich dann gemacht das wollte ich jetzt eigentlich weil ab nächster woche werden die schiffe eine neue physik engine bekommen und damit werden sie was ich mich jetzt was ich jetzt gerade vorhabe dadurch beschädigt momentan werden sie noch nicht beschädigt das ist nämlich noch gar nicht schlecht dadurch kann ich mich so tolle sachen machen wie ich gleich machen werde nämlich stabhochsprung so wir schalten gehen wieder los wir gehen vorne wir haben hier eine hapune f dann er wir feuern ich schalte es hat mal wieder aus so dann sieht es mich schön aus und jetzt holen wir die hapune ein dadurch dass die hapune allerdings auf dem meeresgrund festgemacht ist ziehen wir uns gerade nach unten das funktioniert nicht nur mit meeresgrund sondern man kann sich damit auch ans land ziehen mit dem schiff oder gar an helikopter die helikoptern an luftschiffen helikopter gibt es ja gar keine dass wir sind ja hier nicht bei irgendein action spiel sondern noch verändern dass ich bin und wenn das oben sind fliegen wir nach oben durch die auftriebskraft physikalisch nicht hundertprozentig korrekt aber sie haben immerhin für die modell platz ja nur mit der landung da muss ich noch ein bisschen üben ja okay das hat noch mal wieder rein das probiere aber gerade noch mal aus weil momentan kann man das ja probieren und dann gehen die schiffe ja nicht kaputt erst ab nächsten dienstag deshalb probieren wir es jetzt noch ein bisschen übrigens das logo hier ist unser eigenes gilden logo was er selbst kreiert haben das ist jetzt hier nur aus spiegel verkehrt das müsste man jetzt von der anderen seite gucken da habe ich mich mal ganz kurz hier rüber kommen kommen hier auch so da seht ihr mich hier komm imperial trading company established 715 allo domini also wir sind schon lange im geschäft ganz lange nicht erst seit anfang des monats wie man immer wieder behaupten mag so abgabe bei fuß so also noch mal wir drehen uns mal ganz kurz okay ich hoffe das ist jetzt hier nicht zu tief weil wir müssen natürlich irgendwo festmachen können ja sagte er das ist schon zu tief müssen wir ganz kurz noch mal drehen so und wir holen wieder link kiel den anker nein die hapune ein das ganze spiel läuft übrigens auf der crytek engine 3 glaube ich deshalb sieht es auch so verdammt gut aus und doppelter rückberger und landen wir richtig ja zum ersten mal das war eine neun von neun punkte landung von zehn punkte landung so okay so das wäre das gewesen was ich euch zeigen wollte dann will ich euch noch ein bisschen mein zweites haus meine mein zweites bauernhaus zeigen das habe ich mich in tropischen gefilden gebaut hier das ist ja eher nordeuropäisches klima obwohl hier vielleicht auch mal die palme steht allerdings muss ich mich dafür hin teleportieren das heißt erstmal ganz kurz mein boot wieder einholen und teleporter raus fills haus in tiefen sand und hopster wir brauchen uns hin und wir sind da richtig schön das tolle ist übrigens wir haben auch so wir sind batman nämlich wir haben einen eingebauten kleiter ist das nicht cool damit werden wir wieder bei dem thema abstimmen für batman marvel lego marvel superheros oder eben für die wundervoll bonoban nur damit das nicht vergessen habt so und hier da gibt es dann noch hier da gibt es ja noch einen eigenen kontinent also es gibt im prinzip drei kontinente ein kontinent zwei kontinent das ist der pvp content und hier in dieser mitte in fedrich das ist eine eigene fraktion da leben die piraten das ist es gibt nämlich so ein system wer zu viel pvp gemacht hat also gegen die eigene fraktionen also playkiller war der wird ausgestoßen von seiner fraktion und muss zum als böser pirat dahin siechen also es sind sehr sehr tolles pvp system es gibt dann auch gerichtsverhandlungen also momentan wäre ich auf platz 273 meiner gerichtsverhandlungen und da kann man abstimmen ob die leute auch ins gefängnis gehen sollen und so weiter ja ich schwärm hier einfach nur ein bisschen grad von arch wenn ihr mehr sehen wollt wie gesagt guckt bei mir in den stream rein oder ich werde auch in nächster zeit mal wieder ein oder andere tutorial rein machen ab nächster woche kommt übrigens ein patch das habe ich auch schon gesagt damit wird auch viel neues dazu kommen und ja wir sehen uns dann in der nächsten folge ach ja das ist übrigens die luftschiffe die es gibt wenn ich jetzt mein boot hier draußen hätte 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 ich mich jetzt mit der harpune auch da ran schießen können und mich dann damit umtreiben lassen können hätte wenn ich ein dabei gehabt hätte so das war es auch schon wieder ich sag danke dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe euch hat dieses kleine special gefallen stimmt ab über mein nächstes let's play und ab juni wird es wieder regelmäßigen content geben dann geht es auch weiter wieder mit final fantasy 3 mit dragon age nicht dragon age weg nein dragon age wie heißt das teil noch bald inquisition genau und den anderen titeln die ich noch gerade am laufen habe bis dahin macht's gut und danke dass ihr zugeschaut habt ciao ciao